Liebes Tagebuch, am letzten Samstag habe ich Geburtstag gehabt. Es war eine Katastrophe. Ich hatte mir ein neues Paar Rollschuhe gewünscht, aber weißt du, was ich bekommen habe? Ein Paar Wanderschuhe. Mit denen kannst du auf dem Land spazieren gehen, hat meine Mutter gesagt. Ich hasse das Land. Da hat meine Mutter gesagt, Hanna, du bist nie zufrieden. Natürlich, denn ich wollte Rollschuhe und keine Wanderschuhe. Außerdem sind meine Freunde nicht zu meiner Geburtstagsfeier gekommen. Es sind Sommerferien und alle meine Freunde sind am Meer, in den Bergen oder im Ausland. Auch meine beste Freundin Claudia ist weggefahren. Nur ich bin zu Hause geblieben, mit meinen Eltern und mit meinem Bruder Matthias, der langweilig ist. Warum ist er nicht auch weggefahren? Matthias ist zwölf Jahre alt, zwei Jahre jünger als ich, und ich kann ihn nicht ausstehen. Zu meinem Geburtstag hat er mir dieses Tagebuch geschenkt. Ein wirklich dummes Geschenk. Ich schreibe nur in das Tagebuch, weil ich mich langweile. Das wird ein schrecklicher Sommer. Samstag, 2. Juli Liebes Tagebuch Morgen fahren wir nach Wobbswede. Das ist ein kleines, verlassenes Dorf, das irgendwo 20 Kilometer von hier entfernt liegt. Mama und Papa wollen dorthin ziehen. Sie sagen, dass sie keine Lust mehr haben, inmitten von Verkehr und Smog zu leben. Matthias freut sich, dass wir fahren. Er hat schon seinen Rucksack gepackt. Er hat Nägel, einen Hammer, eine Säge, ein Seil, eine Decke, eine Feldflasche, eine Lupe, Streichhölzer und drei Portionen Dosenfleisch eingepackt. Er nennt mich Freitag. Ich ertrage das nicht. Ich habe keine Lust, Robinson Crusoe zu spielen und auf dem Land zu leben. Keiner hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ich lebe sehr gern in der Stadt. Hier sind meine Freunde, meine Schule, mein Haus, mein Zimmer. Also, ich fühle mich wohl hier und will nicht nach Wobbswede ziehen. Erstmal machen wir dort Ferien und dann entscheiden wir, hat Mama gesagt. Das glaube ich nicht. Mama sagt immer wir, aber dann entscheidet sie. Sonntag, dritter Juli Liebes Tagebuch Heute sind wir in Wobbswede angekommen. Es ist ein winziges Dorf. Es gibt hier nicht einmal eine Pizzeria oder ein Kino. Hier gibt es nur zehn Häuser, eine Kirche und ein Geschäft, in dem man alles Mögliche kaufen kann. Lebensmittel, Zeitungen, Kleider und sogar Schuhe. Es ist auch gleichzeitig das Restaurant und die Kneipe in dem Dorf. In einer Ecke gibt es drei kleine Tische, an denen man etwas essen oder trinken kann. Matthias ist im siebten Himmel, weil es in diesem Dorf einen kleinen See, einen Wald und eine Fahrradkostbahn gibt. Kurz nach der Ankunft ist er in den Garten gegangen und nach kurzer Zeit haben wir ihn rufen hören. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Wir sind in den Garten gelaufen. Was hast du gefunden? Hat Papa gefragt. Den richtigen Baum für ein Baumhaus? Hat er geantwortet. Statt böse zu werden, war Papa glücklich. Das ist eine wunderbare Idee. Ich helfe dir, das Baumhaus zu bauen. Ich werde Robinson sein und du Freitag. Nein, hat Matthias gesagt. Du bist Robinson. Ich bin der Sohn von Robinson und Hannah ist Freitag. Ich denke nicht im Traum daran, habe ich gerufen. Ihr seid alle verrückt. Ich gehe ins Haus und suche mein Zimmer und dort bleibe ich die ganzen Ferien. Ich will nicht Freitag sein. Ich bin in mein Zimmer gegangen und an die Tür habe ich das Schild Nicht stören gehängt. Diese Ferien werden todlangweilig sein. Ich will wieder nach Hause. Montag, 4. Juli Liebes Tagebuch Ich muss zugeben, dass das Haus, das Papa hier in Worpswede gemietet hat, gar nicht so hässlich ist. Es ist gelb und hat eine kleine Veranda, die zum Garten hinausgeht. Das Haus ist ganz hübsch, aber es hat kein Telefon. Als ich das entdeckt habe, habe ich mich sehr geärgert. Wie kann ich 15 Tage ohne Telefon leben? Habe ich gefragt. Papa hat laut gelacht und Mama hat gesagt, dass das eine gute Gelegenheit ist, die Ferienhausaufgaben ohne Unterbrechungen zu machen. Hinter dem Haus ist ein Gemüsegarten und Papa will Gartengeräte kaufen. Er will Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Salat und Tomaten pflanzen. Das ist Leben, der direkte Kontakt zur Natur. Saubere Luft, einfache Leute. Auch in der Stadt hat Papa ein kleines Gewächshaus auf dem Balkon. Dort hat er Erdbeeren, Zitronen und Tomaten gepflanzt. Jedes Jahr sagt er, dieses Jahr essen wir unsere Erdbeeren. Oder dieses Jahr haben wir naturbelassene Zitronen. Aber dann wächst nie etwas und er sagt, dass der Smog schuld ist. Papa ist sehr froh, in Worpswede zu sein, wie der Rest der Familie. Ich verstehe sie nicht. Ich fühle mich sehr wohl in unserer Wohnung in der Stadt. Außerdem sind die Nachbarn hier in Worpswede alle neugierig. Wir waren gerade angekommen, da haben sie uns besucht, mit der Ausrede, uns Obst, Kuchen und sogar ein Huhn zu bringen. Mein Bruder hat beschlossen, das Huhn im Haus zu halten und hat es Polly genannt. Er ist verrückt. Dienstag, 5. Juli Liebes Tagebuch Unsere Nachbarin, Frau Ottilie, ist unerträglich. Sie kommt uns immer besuchen. Heute Morgen hat sie um halb acht geklingelt. Natürlich haben wir alle noch geschlafen und haben uns erschrocken. Papa ist im Schlafanzug zur Tür gelaufen und hat aufgemacht. Sicherlich ist er auch auf der Treppe gefallen, denn ich habe Lärm gehört. Als er die Tür aufgemacht hat, hat er gesagt, Frau Ottilie, welch eine schöne, für uns, wirklich, das ist sehr nett von Ihnen. Bitte, kommen Sie herein und trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns. Frau Ottilie hatte uns eine wunderschöne Torte gebacken. Zehn Minuten später saßen wir alle im Garten und haben gefrühstückt. Als Frau Ottilie mich im Schlafanzug gesehen hat, hat sie gesagt, Armes Kind, wie dünn und blass du bist! Die Luft von Wobbswede wird dir gut tun und du wirst rotbackig und rund wie ein Apfel werden. Falsch! Ich will nicht rotbackig und rund wie ein Apfel werden. Ich gefalle mir so, wie ich bin. Noch ein Grund mehr, nach Hause zu fahren. Mittwoch, 6. Juli Liebes Tagebuch Heute Morgen war Post im Briefkasten. Auf dem Umschlag stand geschrieben, An Familie Meiser, das sind wir. Ich habe den Brief sofort aufgemacht. Es war eine Einladung. Aus Anlass des Dorffestes laden die Bewohner von Wobbswede, Herrn und Frau Meiser mit ihren Kindern Hannah und Matthias zum sommerlichen Dartturnier ein. Das beim Grünen Club stattfindet. Nach dem Turnier gibt es Tanz, Spiel und Kuchen für alle. Wir bitten Sie, teilzunehmen. Der Bürgermeister von Wobbswede, Hans Schenke Papa ist sofort ins Dorf gefahren und hat sich für das Turnier angemeldet. Heute Abend müssen wir also alle zum Grünen Club gehen und dieses dumme Turnier ansehen. Natürlich ist der Grüne Club das bübliche Kneiper-Restaurant-Geschäft des Dorfes. An dem Turnier nehmen elf Personen teil, praktisch die gesamte Dorfbevölkerung. Auf jeden Fall bin ich froh mitzugehen, denn dort gibt es ein Telefon und ich kann meine Freundin Claudia anrufen. Sie fehlt mir sehr. Donnerstag, 7. Juli Liebes Tagebuch Gestern Abend sind wir zum Dartturnier gegangen. Ich habe nicht mit Claudia gesprochen, weil sie mit ihrem Bruder im Kino war. Schade! Papa ist Zweiter geworden. Unglaublich! Herr Tupper, der Arzt aus dem Dorf, hat das Turnier gewonnen. Beim Turnier waren auch seine Frau und seine zwei Söhne. Der zwölfjährige Marc und der sechzehnjährige Florian. Mein Bruder hat den ganzen Abend mit Marc Karten gespielt. So hat er mich in Ruhe gelassen. Florian sieht sehr gut aus. Er hat braune Haare und grüne Augen. Als ich ihn gesehen habe, bin ich blass vor Aufregung geworden. Mein Puls war auf 180. Und dann, was für eine Blamage! Mein Vater hat mich vorgestellt mit den Worten Das ist meine kleine Hanna. Ich bin rot geworden vor Wut und vor Verlegenheit. Florian denkt sicher, ich bin eine Außerirdische. Mein Vater hat Schuld. Er hat mich Kind genannt. Was für eine Blamage! Was für eine Beleidigung! Auf jeden Fall hat meine Mutter sich mit Sarah, der Frau des Arztes, befreundet und sie haben beschlossen, dass wir an einem der nächsten Abende zusammen essen werden. Hoffentlich bald! Bald! Freitag, 8. Juli Liebes Tagebuch Heute Morgen ist Papa ins Dorf gegangen, um die Zeitung zu kaufen und hat Herrn Tupper getroffen. Er und seine Frau haben uns zu einem Abendessen eingeladen. Wir erwarten Sie Montagabend gegen 7 Uhr zum Grillen im Garten. Natürlich nur, wenn Sie Zeit haben, hat der Tupper gesagt. Wir nehmen die Einladung mit Freude an und bringen einen Kuchen mit. Meine Frau macht köstliche Torten und Hanna auch. Das ist natürlich gelogen. Als Papa uns von der Einladung erzählt hat, war ich so froh, dass ich nicht glauben konnte, dass es wahr war. Wunderbar, hat Mama gesagt. Ich werde einen von meinen hervorragenden Salaten machen. Nein, meine Liebe, wir bringen eine Torte mit, hat Papa gesagt. Eine Torte, hat Mama gerufen. Woher nehmen wir eine Torte? In Worpswede gibt es keine Konditorei. Die machst du, Liebes. Ich, ich kann keine Torten machen. Nein, mein Lieber. Du nimmst morgen das Auto und kaufst eine Torte. Das ist nicht möglich. Warum? Weil ich Ihnen gesagt habe, dass du eine hervorragende Köchin bist. Und ich habe Ihnen eine hausgemachte Torte versprochen. Wenn wir sie kaufen, wird man den Unterschied merken. Mama ist rot geworden vor Wut und ich bin aus dem Haus gegangen und habe eine Fahrt mit dem Fahrrad gemacht. Wenn Mama wütend ist, ist es besser, man verschwindet. Samstag, 9. Juli Liebes Tagebuch Hilfe, ich bin verzweifelt. Heute Morgen sind Papa und ich ausgegangen mit dem Auftrag, eine Torte für Montagabend zu finden. Wenn wir die Torte nicht finden, hat Mama gesagt, werden wir nicht zum Abendessen gehen. Ich wollte in den Laden von Worpswede gehen, aber Papa hat beschlossen, Frau Ottilie, unsere Nachbarin, um Hilfe zu bitten. Papa hat ihr alles erklärt und Frau Ottilie hat gesagt, dass sie uns sehr gerne hilft. Ich werde eine Torte für Sie machen, hat sie gesagt, und Hannah wird mir helfen, nicht wahr, Hannah, machst du gerne Torten? Überhaupt nicht, wollte ich antworten, aber Papa hat mir auf den Fuss getreten und so habe ich gesagt, natürlich helfe ich Ihnen gern, Frau Ottilie. Die Dame sah zufrieden aus, gut, gut, hat sie mit einem Lächeln gesagt. Ich hole nur die Schachtel mit Rezepten. Sie ist in die Küche gegangen und hat eine große, rote Schachtel geholt. Sie hat die Schachtel geöffnet. Sie war voll mit Zetteln. Auf jedem Zettel stand ein Rezept. Welche Torte isst du gerne, Hannah? Hat sie mich gefragt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber Papa hat mir geholfen. Obsttorten. Hannah liebt Obsttorten, über alles. Gut, dann suchen wir ein Rezept für Obsttorten. Das Rezept ist ganz einfach. Aber ich vergesse immer etwas. Als Frau Ottilie das Rezept gefunden hatte, hat Papa den Zettel in die Hand genommen und gesagt, Hanna wird einkaufen gehen und ihnen morgen früh alle Zutaten für die Torte bringen. Ich will nicht einkaufen gehen und ich will nicht die Torte machen. Aber ich glaube, dass ich keine andere Wahl habe. Wenigstens gehe ich dann zum Abendessen und sehe Florian. Sonntag, 10. Juli Liebes Tagebuch Papa hat mich um sieben Uhr geweckt. Nicht mal in den Ferien kann man ausschlafen. Und er hat mich ins Dorf geschickt, die Zutaten für die Torte zu kaufen. Der Laden in Worpswede ist auch am Sonntag geöffnet. Er war voller Leute. Im Laden musste ich warten, bis ich an der Reihe war. Und so habe ich ein Sahnetörtchen gegessen. Plötzlich habe ich eine Stimme hinter mir gehört. Hallo, Hanna. Ich habe mich umgedreht und Florian gesehen. Er hat gelächelt und hat gesagt, Hallo, Hanna. Wir sehen uns morgen Abend. Gut, habe ich mit vollem Mund geantwortet. Er hat angefangen zu lachen und hat gesagt, Du hast Sahne auf der Nase. Dann hat er ein Papiertaschentuch genommen und mir die Sahne von der Nase gewischt. Welch eine Blamage! Zu sehr habe ich mich noch nie in meinem Leben blamiert. Montag, 11. Juli Liebes Tagebuch Es ist unglaublich! Papa hat mich wieder um sieben Uhr geweckt. In Warpswede hat man keine ruhige Minute. Frau Ottilie wartet auf dich, hat Papa gesagt. Hier auf dem Land stehen die Leute früh auf. Deshalb will ich so schnell wie möglich wieder in die Stadt zurückfahren, habe ich geantwortet. Na los, komm schon. Morgenstund hat Gold im Mund. Geh schnell zu Frau Ottilie und sei bitte nett zu ihr. Als ich bei Frau Ottilie ankam, war die Torte schon fertig. Auf dem Küchentisch standen zwei Torten. Eine große und eine kleine. Zwei? habe ich gefragt. Ja, die kleine kannst du mit deiner Familie zum Frühstück essen. Dann könnt ihr mir sofort sagen, ob sie gut ist oder nicht. Liebes Tagebuch Ich bin so glücklich, dass ich nicht auf morgen warten kann, um zu erzählen, was beim Abendessen geschehen ist. Die Torte von Frau Ottilie ist sehr gelobt worden. Sie war sehr gut. Alle haben gesagt, dass Mama eine sehr gute Köchin ist. Meine Mutter war sehr verlegen. Nein, aber das ist nicht der Grund, warum ich so glücklich bin. Marc, der Bruder von Florian, hatte Fieber. So hat uns Matthias nicht eine Sekunde in Ruhe gelassen. Aber als wir nach Hause zurückgekommen sind, habe ich einen Zettel in meiner Jackentasche gefunden. Übermorgen gehen meine Freunde und ich zum Baden an den See. Hast du Lust mitzukommen? Ich warte um 16 Uhr auf dem Marktplatz auf dich. Ich bitte dich, komm mit. Tschüss, Florian. Eine Einladung? Das ist das erste Mal, dass ich eine Einladung von einem Jungen bekomme. Vielleicht bekomme ich jetzt auch bald Postkarten, Briefe und Fotos von einem Jungen. Ich werde sie in das Tagebuch kleben. Ich muss unbedingt Claudia anrufen und ihr alles erzählen. Ich bitte dich, komm mit. Ich kann es gar nicht erwarten, dass Mittwoch ist. Dienstag, 12. Juli Liebes Tagebuch Mittlerweile kennen uns alle in Wobbswede. Heute Morgen haben wir sogar eine Einladung vom Grafen von Wobbswede erhalten. Es war eine Einladung zum Kaffee trinken, morgen Nachmittag. Mama war ganz aufgeregt. Sie ist ganz aus dem Häuschen gewesen. Ich will nicht zum Kaffee trinken zum Grafen von Wobbswede gehen. Vor allem will ich nicht den Nachmittag mit einem alten Grafen verbringen und außerdem habe ich eine Verabredung mit Florian. Nein, ich gehe nicht zum Grafen. Aber Mama sage ich es erst in letzter Minute. Papa und ich sind in der Gegend herumgefahren, um Häuser zum Kaufen anzusehen. Ich will nicht hierherziehen und alle meine Freunde verlassen, auch wenn Florian wirklich nett ist. Zum Glück war ein Haus zu groß und ein anderes zu klein. Eins war zu teuer und ein anderes hatte keinen Garten. So hat Papa nichts Interessantes gefunden. Ich bin froh. So habe ich noch etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Mittwoch, 13. Juli Liebes Tagebuch Ich bin allein zu Hause. Die anderen sind alle beim Grafen zum Kaffee trinken. Mama war sehr aufgeregt. Heute Morgen hat sie Papa gebeten, sie in die Stadt zu fahren, weil sie ein elegantes Kleid für die Einladung beim Grafen holen wollte. Schließlich hat sie das gleiche Kleid angezogen, das sie auf der Hochzeit von Tante Rosemarie getragen hat. Mein Bruder sah wirklich komisch aus. Er truch eine Jacke mit Fliege und die Haare waren mit Gel zurückgekämmt. Mama war etwas wütend auf mich, weil ich nicht mitkam. Aber letztendlich hat sie nachgegeben und um drei Uhr sind sie aus dem Haus gegangen. Als sie aus dem Haus gegangen waren, habe ich mich umgezogen und bin auf den Marktplatz gegangen, wo Florian auf mich wartete. Florian und ich sind an den See gegangen. Wir haben gebadet und als wir unter Wasser waren, hat er mich geküsst. Ich habe mich etwas erschrocken und viel Wasser geschluckt. Fast wäre ich ertrunken. Was für eine Blamage! Danach wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Wir haben beide nichts gesagt. Dann hat Florian mich nach Hause gebracht. Und als wir uns verabschiedet haben, hat er mich gefragt. Sehen wir uns morgen? Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, habe ich gesagt. Und übermorgen? Ich weiß nicht, wir hören voneinander, habe ich gesagt. Na, dann mach's gut, Hanna, hat er gesagt. Ich bin wirklich dumm. Ein Junge, der mir gefällt, möchte mit mir ausgehen und ich antworte. Wir hören voneinander. Wie können wir voneinander hören, wenn ich gar kein Telefon habe? Ich bin noch dümmer als Matthias. Vielleicht hat Papa doch recht. Ich bin ein Kind. Mama, Papa und Matthias sind nach mir nach Hause gekommen und haben mir eine sonderbare Geschichte erzählt. Außerdem haben sie sich wirklich sonderbar benommen. Andererseits benehmen sie sich in letzter Zeit immer sonderbar. Aber ich kann mich jetzt nicht um sie kümmern. Ich muss an andere Dinge denken. Wo ist Claudia? Ich brauche sie. Donnerstag, 14. Juli Liebes Tagebuch Heute haben sich meine Eltern andere Häuser angesehen. Als sie zurückkamen, waren sie sehr zufrieden. Hanna, Matthias, wir haben unser Traumhaus gefunden. Am Nachmittag haben wir uns alle ihr Traumhaus angesehen. Es befindet sich gegenüber der Haltestelle von der Buslinie, die in die Stadt fährt. Das ist ein positiver Aspekt. Von hier bis in die Stadt sind es 30 Minuten mit dem Bus. Aber ich mag trotzdem unsere Wohnung in der Stadt lieber. Auf dem Rückweg bin ich in die Kneipe gegangen und habe wieder versucht, Claudia anzurufen. Aber sie war wieder nicht zu Hause, immer dann, wenn ich sie brauche. Ich bin traurig, was Claudia betrifft. Ich will sie nicht verlieren. Wir sind acht Jahre zusammen in die Schule gegangen und haben an derselben Schulbank gesessen. Und jetzt? Sie sagt, dass ich Glück habe, auf dem Land wohnen zu können. Ich kann so viele Tiere haben, wie ich will. Aber ich will keine Tiere haben, denn ich will nicht Tierärztin werden, wie sie. Seitdem sie das Geheimnis des ägyptischen Souvenirs gelöst hat, wird sie allerdings Polizistin werden. Aber ich glaube das nicht. Auf der Rückfahrt Liebes Tagebuch Heute gegen sechs Uhr sind Mama und Papa wieder aus dem Haus gegangen. Als sie zurückgekommen sind, hat Mama begonnen, die Koffer zu packen und Papa hat gesagt, Los Kinder, wir fahren zurück in die Stadt. Warum? Habe ich gefragt. Mama und ich haben eine Menge Dinge zu erledigen, zu organisieren und eine Menge Dokumente zu unterschreiben. In einem Monat schien wir endgültig nach Worpswede. Ich komme nicht mit, habe ich gerufen. Wohin kommst du nicht mit? In die Stadt oder nach Worpswede? Ich war wirklich durcheinander und wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich will jetzt nicht in die Stadt zurückfahren, da ich vielleicht einen Freund gefunden habe, aber ich will auch nicht aus der Stadt weggehen und Claudia und meine Freunde verlieren. Mama sagt, dass ich nie weiß, was ich will. Papa sagt, dass das mit 14 Jahren normal ist. Wenn er es nicht macht, dann werde ich es eben machen. Amen. Vielen Dank.